Also nochmal ein Follow da lassen, Like und Stream da lassen, Edi Ganda macht es mit seinem rechten Eye auf. Rechtes Eye Pack, rechten Klöten Pack, warte. Ich muss erstmal kramen. Erstmal alle Haare zur Seite machen. Yes, yes. Und rechtes Klöten Pack, open. Yes. Press X. Press X. Yes. Oh, habe ich geskippt? Nein. Ey, das wäre so lost gewesen. Ich habe zweimal ausprobiert und auf X gedrückt. So. Warum bist du denn da? Kevin, ihr Freunde, 99er, seid noch einer, Digga. Mein rechtes Eye. Haltet noch einer mein rechtes Eye, ihr Knechte. Hier, EA-Supporter seid Tag 1. Jemand soll noch einmal mein rechtes Eye halten. Ich habe es euch gesagt, Digga. Das liefert immer ab. Jedes Mal. Jedes verkackte Mal. Wie auch immer, der Ball nicht ankommen konnte, aber okay. Hm, ja, ja, natürlich geht er rein. Hier, falls du mal sehen willst. Ich bin nicht am PC. Ich bin nicht am PC. Nichts Kontrolle, Alter. Das ist mir egal. Nichts, wo du ihn spielst. Sexy, ey. Oh, ho 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 ho. Hä, was ist hier los? Hä, was war das denn? Hä? Das war doch ein Tor. Kann man Ihnen erklären, was da gerade passiert ist? Ich habe doch den... Das war doch ein Eigentor vom KSC, oder? Nein. Jungs, nein, habe ich das gerade wirklich gesehen? Habe ich das gerade wirklich gesehen? Kein Verteidiger? Maradona! Maradona! Das ist unglaublich! Es ist Maradona! Oh my god! Tika! Tika! Das war ein schönes Tor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt habe ich es gesehen. Tor des Jahres. Oh, 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 Totti und nicht Messi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei mir geht das Bank jetzt erst auf, Alter. Oh mein Gott. Messi in der Haus. Agugou, Ottobio Zigo ist am Start. Er zerstört einfach die Welt. Du hast gar kein Vertrauen mehr. Bleib einfach in der Mitte. Der schießt 100% Mitte. Das Neymar Classic einfach. Nein. Oh mein Gott. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Der Ball ist einfach weg, ne? Jawohl. Ist hoch. Nein, ich wollte zu Firmino. Warum ist er... Da war ein Clip. Bingo Clip. Was war das? Was? Ey, ich kassier ein Tor. Ich hab so ein Déjà-vu. Oh mein Gott. Ich hab so... Ich hab so... Ich kassier jetzt so das Tor. Ich hab so ein Déjà-vu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab so ein Déjà-vu. Oh mein Gott. TOTTI TOTTI Mbappe TOTTI Oh my god 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 Ja, ja, ja. Oh, oh, oh! Im Rücken. Oh mein Gott! Sind halt auch selten, aber sind sehr effektiv. Du, du! Mit rechts. Hey. Was ist das? Das ist für Birthday? Das ist für Birthday? Frankreich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Junge! Mbappé, Junge! Was geht ab, Jungs? Was geht ab, Mann? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, das wollen wir nicht geschickt. Nice! Er nimmt den Kopf! Er nimmt den Kopf! Bleib ruhig, ne? Wie schiss! Was ist für Team denn? Ich find's doch nicht, das geht, Digga! Geht fit! Geht fit! Oh mein Gott, der kommt sogar an! Fies drauf! Fies! Das muss das zweite sein! 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 Ich finde den Kopf schon! Ja! Ey! Willste FIFA! Was machst du? Pfff! Totti! 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 Vanteig! Vanteig! Let's go! Ja, leck mich doch am Arschloch. Bis zum nächsten Mal.